Ich möchte schon gerne Part einer Gewinnerstaffel sein, nicht einer Verliererstaffel. Aber ich meine, du bist ja eh schon eine Gewinnerin, ne? Weil du den Lukas hast. Du hast den Lukas, Schatz. Du hast den Hauptgewinn. Es ist schwer, wenn wir beide uns hier in diesem Format trennen. Damit will ich überhaupt nichts zurechtkommen. Puh, ist einfach schwierig, da die gesunde Mitte zu finden. Es gibt da keine gesunde Mitte. Es gibt nichts Gesundes an diesem Miteinander. Ich weiß nicht, ob Nico so verballert einfach ist, oder er einfach so tut. Aber es nervt. Doch, er ist so verballert. Nico ist wirklich so, der wird auch uralt, glaube ich. Weil der macht sich um nichts Sorgen. Der ist so richtig so, die müssen das alles so wumper. Der hat, glaube ich, ein richtig leichtes Leben. Also so, weil er ist einfach so da. Und er ist so einfach, irgendwie ist es auch bemerkenswert, ne? Der hat halt keinen Belast im Kopf. Der ist halt so richtig so alles egal. Weißt du? Wie so ein Hund oder so. Die kommen auf die Welt, die haben kein Zeitgefühl. Die sind so, ja. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sanjel, dein Lieblingsbroster mit Herz. Und ich heiße dich hier willkommen aus einer neuen Ecke in meiner Wohnung. Und zwar aus meinem Bett. Wie Leute, ich bin heute verkatert. Ich war gestern... Das ist eigentlich voll bequem hier. Ich war gestern auf dem Sommerfest von meinem Personal Training. Und ja, es war sehr, 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 sehr schön. Es gab richtig gute Drinks. Und ich hatte auch einige davon. Und ja, ich hatte gute Gespräche, heiße Flirts. Gestern war eine wilde Nacht. Ich sage es euch, wie es ist. Also, eine wilde Nacht. Und zwar ist bei mir jetzt, glaube ich, so irgendwie ein bisschen was los. Ich erzähle euch das jetzt also ganz anonym, ne? Also, ich werde es auch so erzählen, dass man es nicht weiß, okay? Damit, falls irgendeine der Personen das hier guckt, die sich nicht so verraten fühlt. Aber ich habe gestern geflirtet. Und zwar war kein so richtiger schwuler Mann dabei. Es gab so zwei, die irgendwie so meinen, sie sind hetero. Und dann gab es noch eine Frau. Ja? Und es war Erregung im Spiel. Es war spannend. Ich finde es spannend. Ich liebe diese Art des Lebens. Weil ich mir so denke, irgendwie, das ist so voll spannend. Und es ist so, nichts ist schwarz oder weiß. Und, ähm, ja, es ist so ein bisschen fluent, ne? So flüssig. Genau. Ist aber nichts passiert im Grunde genommen so richtig. Also, ja, aber es war sehr brisant trotzdem alles. Habt ihr mich verstanden? Wisst ihr, was ich meine? Was ich euch hier erzählen möchte? Oder steht ihr auf dem Schlauch? Hm? Tell me. Nee, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nacht. Und, ja, hab ich sehr, sehr gut gefühlt. War um 6.30 Uhr, glaube ich, zu Hause. Ja, genau. Jetzt sind wir hier. Ich hab aus den Kommentaren entnommen, ihr möchtet gerne, dass ich euch die Bücher vorstelle. Mach ich. Und ihr möchtet gerne, dass ich euch die Roomtour endlich zeige. Ähm, mach ich auch. Ich würd so gerne euch das zeigen, wenn auch alles fertig ist. Auch so die Gärten. Kennt ihr in Hamburg jemanden, der, ich sag mal, gut und, gut und günstig? Ne, da soll schon entlohnt werden, der Betrieb für seine Arbeit. Aber jemand, der, der jetzt mir nicht so, äh, was weiß ich, 40.000 Euro kassieren möchte, für meine Gartenplanung, wenn ihr da jemanden kennt aus Hamburg, dann sagt gerne Bescheid, schreibt es gerne. Mö. Ja, ähm, und ja, ich bin emotionally nirgendwo drin. Also, ja, nichts, nichts passiert. Also, es ist so, ich hab das so mitgenommen, ich hab mich auch ein bisschen was getraut, hab quasi so Annonsen gemacht, Annonsen. Und da wurde dann auch nicht alles angenommen, also es gab auch Ablehnung. Und es ist aber voll okay für mich. Also, ich fühle mich wirklich emotional gerade sehr, sehr, sehr stabil. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann wollen wir folgendes machen. Wir gucken uns den Kommentar des Tages an. Ah ja, okay. Dieser Kommentar dreht sich um Lukas und Jenny, ne? Und zwar kommt er von Randy Lou. Und zwar, ey, ich musste so lachen, als Lukas Jenny direkt wieder eingelollt hat. Sunny, du hattest einfach so recht. Wahnsinn, die beiden. Eine zweite Karriere als Wahrsager wäre vielleicht mal ein Gedanke wert. Und dann die 13, weil du mir signalisieren möchtest, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Und vier Schnupfelhasen, weil du damit mir sagen möchtest, wie es dir gerade geht. Und dir scheint es gerade sehr, sehr gut zu gehen. Und ich sage dir eine Sache. Und zwar brauche ich keine Wahrsagerkarriere für das, was ich mache. Also, es hat nichts mit Wahrsagen zu tun. Es hat ein bisschen was mit menschlicher Kenntnis zu tun. Und mittlerweile ein bisschen so psychologischem Backgroundwissen so. Und Einfühlungsvermögen und so. Und da brauche ich nicht Wahrsager zu sein. Da weiß ich einfach Bescheid. Da weiß ich wirklich Bescheid, dass das so passiert. Das sind so immer wiederkehrende Muster. Das ist so ein bisschen so ein menschliches, weiß ich nicht. Nicht Wahrsager. Auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht wahr sagen. So, dann möchte ich an der Stelle mit euch einmal über die Balmenia sprechen. Ich möchte euch einfach nur reminden. Und zwar, weil sich letzte Woche etwas ereignet hat. Das habe ich so live und in Farbe mitbekommen. Als ich bei der Hundephysio war. Und zwar kam da eine Dame an. Die gerade, also die war total außer sich. Und total besorgt. Weil ihr sehr, sehr junger Hund. Ich glaube, der war irgendwie eineinhalb Jahre alt. Und hatte bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Was man sagen muss, ist, dass sie auch vor ein paar Monaten so ihren Job verloren hat. Und deswegen eigentlich nur gehofft hat, dass alles relativ normal bleibt. So, was die Ausgaben angeht. Sie dachte sich auch nicht viel bei dem Hund. Weil der ja noch so jung ist und so. Und der hat beim Spielen, weil er so voller Leben ist, hat der sich das Kniegelenk ausgekugelt. Also das Bein war auf einmal so verdreht. Und dann war sie total außer sich. Und kam einmal für eine erste Meinung zur Physio. Und ja, sie hat halt Glück gehabt, muss man sagen. Weil die Physiotherapeutin hat ihr so ein paar Dinge mit an die Hand gegeben, die sie mit dem Hund machen soll. Bergauflaufen. Dann so Übungen auf so einem Luftding. Damit der Hund so ein bisschen die Muskulatur in den Beinen stärkt. Aber es hätte auch heißen können, dass der Hund operiert werden muss. Und so eine Knie-OP, das weiß ich nicht, kann locker mal 3.000 Euro kosten. Und deswegen hatte die einmal so Kaltschweiß. Einmal, weil sie sich natürlich Sorgen gemacht hat um ihren Hund. Und einmal wegen des Geldes. Gerade arbeitslos. Man will dem Tier helfen. Und dann hatte ich mit ihr kurz über die bei Media gesprochen. Und habe sie gefragt, ob sie sowas hat. Und hat sie nicht. Und dann habe ich so gedacht, das erzähle ich euch auf jeden Fall auch. Einfach nur als Gemeinder, mit eurem Tier ist jetzt vielleicht alles in Ordnung. Mit eurem Hund, eurer Katze oder eurem Pferd. Nur man weiß halt nicht, wie es weitergeht. Und damit euch sowas nicht überrascht, schaut euch unbedingt die Barmenia an. Die haben einmal eine OP. Kostenschutzversicherung, wo es wirklich um alles rund um die OP geht. Auch die Voruntersuchung für eine OP, die Nachuntersuchung, die Unterbringung in einer Klinik beispielsweise. Und dann gibt es auch so die Tierkrankenversicherung. Die beinhaltet alles, was die OP-Kostenschutzversicherung hat. Plus aber so Kosten, die im Alltag mit einem Tier anfallen. Also wirklich so Tierarztbesuche, die regelmäßig anstehen. Ich habe euch unten einfach mal einen Link zum Beitragsrechner platziert. Da könnt ihr einfach mal unverbindlich ausrechnen, was das für euer Tier kosten würde. Und wenn ihr auf Insta seid, bei mir auf dem Kanal, also auf meiner Insta-Seite, dann habe ich das unter Highlights auch gespeichert. Da habt ihr auch nochmal ausführlichere Infos. Schaut es euch einfach an. Es ist ein Investment, was sich auf jeden Fall lohnen kann. Ich habe jetzt hier auch nochmal von einer Schnupfelhese einen Kommentar bekommen. Den könnt ihr euch hier gerade mal durchlesen. Die hat auch Erfahrung mit der Barmenia und ist heilfroh, dass sie dort ihr Kind, ihr Tier absichern lassen hat. So, wir haben es ja nicht gemacht. Wir zahlen alles aus eigener Tasche. Und ich sage euch, bei mir hätte sich diese Versicherung allemal gelohnt. Und jetzt geht es über zu I am the One. Du kannst die Folgen in voller Länge gucken auf RTL Plus. Und alles, was du dazu brauchst, findest du, also den Link, den findest du unten. Und genau, du bekommst über mich einen Rabatt. Und zwar im ersten und im zweiten Monat 50% Rabatt. Mit dem Rabatt GoZaniel. Und alles, wie das so geht, siehst du unten in der Infobox. Da möchte ich dich noch herzlich dazu einladen, mein Schnupfelhase zu werden. Tritt dieser wundervollen Community bei. Werde ein Teil von uns. Und lasst uns wissen, in Form von Schnuffelhasen 1 bis 5, wie es dir heute geht. Und dann geht es jetzt los. Wie viele Lichter gehen heute an? So, und jetzt wird mein Moment, glaube ich, kommen, wo ich meinte, ich werde euch sagen, hier, ich wusste es, weil ich wurde gespoilert. Ich wurde hier, glaube ich, jetzt gespoilert. Ich möchte schon gerne Part einer Gewinnerstaffel sein, nicht einer Verliererstaffel. Aber ich meine, du bist ja eh schon eine Gewinnerin. Ne? Weil du den Lukas hast. Du hast den Lukas, Schatz. Du hast den Hauptgewinn. Sieben Lichter in der achten Matching Night. Ich finde, das ist ein hervorragendes Ergebnis. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay. Ne. Okay. Das ist noch nicht der Part. Okay. Alles klar. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt also sieben Lichter. Ich muss sagen, das ist ganz schön gut. Ne? Super. Mir ist eigentlich auch egal, Leute. Mir ist es auch egal, ob die gewinnen oder nicht. Ich will auch einfach nur, dass die sich biefen und dass die Streit haben und so. Und mich einfach unterhalten, dass ich auf meine Kosten komme. Deswegen immer uns Frauen machen lassen. Der Frauenpower hier. Nicht immer. Wir wissen, wir wissen, was wir machen. Wie sind die Brains hier? Ja. Du insbesondere. Ich finde, du bist ein richtiges, richtiges Brain. Ich würde mein Leben komplett in deine Hände begeben. Wirklich. Du könntest alle Entscheidungen treffen für mich. Auch alle Männerentscheidungen. Ich würde mich da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen. Warum willst du denn in die Matchbox? Es sind nur noch drei Tage, Nico. Ich denke, dass die hier die letzten drei Tage oder vier Tage einfach nur zusammen verbringen wollen. Und aufgrund dessen möchte er morgen mit mir spielen, geschweige denn in die Matchbox. Das macht keinen Sinn. Wir müssen morgen in die Matchbox. Es geht feinander. Das würde mich auch richtig aufregen. Er ist halt so ein Riesenbaby einfach. Du bist da, um zu gewinnen. Alle vermuten, ihr seid ein Perfect Match. Also geh in diese verdammte Matchbox. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, aber ich will dann noch vier Tage mehr Urlaub machen mit Laura Braun. Mit der kannst du danach auch noch Urlaub machen. Und dann dieses... Das würde mich auch so aufregen an dem, wo ich mir so denke, das Spiel, das Spiel jetzt ordentlich. Ich will aber nicht, nee. Nein, geh da rein und fertig, ey. Das will eh nichts mit Laura Braun. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe Laura Morante ins Herz geschossen. Und deshalb wäre ich auf jeden Fall auch ein bisschen traurig, wenn ich die Villa verlassen müsste. Ja, aber würdest du dich jetzt nie wieder von Laura Morante trennen? So, ich meine, ihr seid ja erwachsene Menschen und so. Man kann sich doch dann auch mal für vier Tage trennen und dann dafür Kohle haben danach. So, warum muss jetzt 24-7 mit der zusammen sein? Wird das dann wieder so eine Beziehung, wo man ein paar Monate lang wie Kate Melan und Jakob 24-7 zusammen ist und sich dann immer wieder trennt, weil man die Schnauze voll hat vom anderen? Wird das dann sowas? Also, Nicola... Dann erzähl doch mal. Wieso bist du pisst? Ich denke schon, dass Jenny manchmal ein bisschen voreingenommen ist, was mich betrifft. Junge, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Sie ist voreingenommen. Schatz, die gibt dir so viele Runden. Du hast so viele Leben bei ihr. Das ist jenseits von Gut und Böse. Du hast keine einzige davon verdient. Verstehst du das? Jetzt macht er die Manipulierung. Manipulation geht weiter. Jetzt setzt er sich da beleidigt hin und sagt, Schatz, ich verstehe gar nicht, warum du so voreingenommen bist bei mir. Ich weiß nicht, ich will nicht wahrhaben, dass er das ernst meint. Bitte. Stop it. Du hast hier bereits in diesem ganzen Format mich schon mit so vielen Sachen betitelt. Ich bin toxisch. Ich bin eine Red Flag. Ich bin... Dass dein Verhalten hier drinne toxisch war. Oh mein Gott. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn wirklich, Lukas. Wirklich, ich habe gesehen, meine letzten Thumbnails bei Erdogan heißen irgendwie alle zu schlimm, zu schlimm, zu schlimm, richtig schlimm, ganz schlimm, zu schlimm. Er ist einfach zu schlimm. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Zu schlimm, um wahr zu sein. Habe ich keinen Bock drauf. Dann benimm dich wie ein normaler Mensch. Wie eine Green Flag. Benimm dich dann einfach dementsprechend. Und du lüg sie nicht an. Lüg Menschen nicht an. Sei nicht so eine hinterhältige Ratte. Da musst du dich auch nicht erklären. Warum muss ich mich in dieser Hinsicht niemals erklären? Warum? Und viele andere auch nicht. Warum werden die nicht als Red Flag betitelt? Was denkst du denn? Ich habe vier Beziehungen gehabt. Ich bin einer davon fremdgegangen. Bin ich deswegen jetzt ein chronischer Fremdgeherr? Nein. Das stimmt ja schon mal nicht. Chiara hat doch schon herausgefunden, dass du auch einer anderen Person genauso fremdgegangen bist wie ihr. Also, das stimmt dann ja auch schon mal nicht, ne? Maus? Oder? Irgendwo spiegelt das Verhalten hier schon ein bisschen. Du kennst mich nicht. Er fällt hier ins Wort. Er macht hier jetzt ein schlechtes Gewissen. Er buttert sie unter. Und verändert komplett einmal so das Machtgefälle. Sie befindet sich in der toxischsten Beziehung aktuell, in der sie jemals war. Ich hoffe, es ist auch für sie die letzte. Ich versuche sehr viel Verständnis für dich und deine Situation aufzubringen. Mit deinem Problem. Aber du vergisst, glaube ich, manchmal, dass ich auch sehr viele Probleme und Erfahrungen habe. Genau. Schlechtes Gewissen einreden. Guck mal, ich gebe so viel. Ich habe so viel Verständnis für deine Gefühle. Ach so. Warte mal ganz kurz. Auch dann so besonders in dem Moment, wenn du, während sie außer Haus ist, richtig hardcore mit Linda rummachst, um dann, wenn sie zurückkommt, ihr ins Gesicht zu lügen. Da bist du, da nimmst du besonders viel Rücksicht auf ihre Gefühle, ne? Das meinte er doch gerade, oder? Also schäm dich, Jenny. Ich nehme so viel Rücksicht auf deine Gefühle. Du hast hier fast jeden Tag Scheiße gebaut. Hast ihre Seele zerstückelt in 500.000 Teile. Und jetzt willst du sie dahin manipulieren und ihr sagen, du würdest Rücksicht nehmen auf ihre Gefühle. Und du weißt aber, dass die Kameras laufen, ne? Und du schämst dich kein Stück. Ich bin schockiert. Es ist zu schlimm. Er darf natürlich auch nicht vergessen, dass er hier drin sehr, sehr, sehr viele Sachen gemacht hat, die wirklich nicht klar gingen. Und mir geht es gerade nicht gut damit. Viel Spaß, Jenny, ey. Der wird dir das ganze Leben aus deinem Körper saugen. Glaub mir. Der wird dich leer machen. Du wirst danach ein Schatten deiner selbst sein. Glaub mir. Ich hab keinen Bock mehr, mich Menschen beweisen zu müssen. Oh Gott, die Arme, ey. Die Arme und ganz Deutschland hier, die die gucken, gucken. Dabei zu, ey. Damit es jemand anderem besser geht. Oh, er ist so schlimm, wirklich. Oh Gott, ich find den so übel. Er ist wirklich für mich der Teufel. Es ist einfach diese Schuldumkehr. Aber sie weiß es ja. Ich mein, sie weiß es ja. Ja, es ist eine Schuldumkehr. Checkst du es nicht. Warum rennst du nicht weg? Wenn er psychische Gewalt an dir ausübt und du erkennst es sogar, dann musst du gehen. Wirklich. Geh. Lauf. Ach, keine Ahnung. Das geht ihm einfach trotzdem nahe, so wie es dir nahe geht. Daraufhin darf es keine Umarmung geben. Daraufhin muss ein Kontaktabbruch stattfinden. Und nicht, ich lege mich zu dir in die Arme, nachdem du mich jetzt zu Tode filetiert hast hier. Der hat sie so manipuliert wie ein Filetstück in tausend Stücke geschnitten. Hat einmal versucht, die ganze Realität einmal umzudrehen. Und als Belohnung legt sie sich eben noch in die Arme. Durchmanipuliert. Einmal richtig so, ja. Aber wir brauchen das beide, dieses Vertrauen gegenseitig. Schwierig. Wir müssen hier auf jeden Fall die Beis aufbauen. Aber wenn sie immer wieder sagt, schwierig, während sie in diesem Interviewraum steht, oder sitzt. Man merkt so richtig, sie ist wie so ferngesteuert. So, während sie bei ihm ist, sie scheint das ja schon alles zu rallen. Aber diese Sucht nach ihm ist stärker. Diese, dieses, ähm, diese emotionale Abhängigkeit ist viel, viel stärker. Deswegen ergibt sie sich dem. Ich schwöre, wenn wir beide uns hier in diesem Format trennen, damit würde ich überhaupt nicht zurechtkommen. Es ist einfach schwierig, da die gesunde Mitte zu finden. Es gibt da keine gesunde Mitte. Es gibt nichts Gesundes an diesem Miteinander. Nichts daran ist gesund. Ich habe für die Challenge schon nach 19 Minuten meine Massage abbrechen müssen. Und in einer halben Stunde muss ich an Nagelbutze sein. Deswegen machen wir es schnell. Lars, Nicola, ihr steht heute Modell und die Mädels zeichnen euch. Und mit eurer Lieblingskünstlerin geht ihr auf ein Date. Geil, ey. Das ist das Tattoo. Ich habe das hier. Warte. Da. Seht ihr das? Voll lustig. Ich weiß nicht, welches Bild ist von welcher Frau, aber das. Ja? Ja. So, Laura Blinette. Ja. Sag, echt? Ja. Wir können ja nur Lars und Laura wählen, weil die Matchbox-Entscheidung von Nicola und Laura mir schon verkauft wurde von der lieben Gabby. Das heißt, wir haben nur diese eine Auswahl, ne? Ja, aber weil Nicola halt einfach so ein bisschen so verstrahlt ist, ne? Der ist halt so richtig so, hä, hä, hä. Ich liege jetzt hier. Halt statt wirklich mal so zu gucken, keine Ahnung, wie bewegt die sich. Ne? Wenn eine zum Beispiel so macht oder so. Also, dass man dann, aber der war ja auch gar nicht interessiert daran. Der denkt jetzt sogar, das ist richtig gut, glaube ich, dass er mit Laura Braun auf ein Date geht. Der denkt wahrscheinlich, das ist richtig gut, dass das die auch im Spiel weiterbringen. Der weiß bestimmt gar nicht mehr, dass die nicht mehr in die Matchbox dürfen. Das hat er bestimmt vergessen oder nicht verstanden oder so. Er ist so ein richtiger, so ein, der stellt sich voll quer. Einfach für seine eigenen Bedürfnisse. Ich finde das sehr unsympathisch, muss ich sagen. Sehr egoistisch einfach. Und ja, andere waren auch egoistisch, aber ich finde das immer keine Erklärung. Ja, dann bin ich es halt auch. So, aber, ja. Wir sehen uns heute Abend bei der Matchbox-Entscheidung wieder. So, tschüss. Tschüss. Guck mal, und das ist halt das Ding. Tomala Tomat ist einfach so unterhaltsam. Ne? Die ist einfach so fucking unterhaltsam. Sie macht die Show. Ich sage es euch, wie es ist. Ich finde die so geil. Alles, was sie da gemacht hat, ist wie aus dem Film. Wie sie da angefahren kam mit diesem Ding. Was sie gesagt hat. Jeder Satz saß. So, hier, ich kam von der Massage nach 19 Minuten. Und ich muss gleich noch einen Nagel schuppen und so. Ich finde es richtig nice. Sie ist so unterhaltsam. Das könnte eine Serie geben mit ihr. Aber dann kann man trotzdem verstehen, dass wir gerade nicht happy sind. Aber ich habe nicht mal eine Frage gesprochen. Hatten wir irgendeinen Einfluss auf die? Ihr habt doch selber gesehen, die Bilder wurden vertauscht. So fickte Scheiße, es gab keinen Fisch. Einfach mal die Hörnzellen anstrengen, Nico. Das war doch spontan. Einfach mal nachdenken. Denkt ihr, ich habe das mit ihnen ausgemacht, oder was? Hä? Wenn man gewinnen will, dann gibt es da genug Möglichkeiten. So viele Teamplayer sind hier. So viele Teamplayer. Aber endlich hat er mal eine Meinung. Endlich kann er sich mal gegen Leute anlegen. Und so sagen, also mal so seinen Mann stehen. Und ja, auch mal mit so einer Konfrontation umgehen. Ich finde, das steht ihm fürchterlich gut. Also so eine eigene Meinung einfach. Und dass man die dann auch vertritt und nicht wie so ein Lappen. Immer so einknickt in jede Richtung. Das ist der richtig krasse Arsch. Latina, look, mega. Letztens meintest du noch, du stehst auf Polen. Das ist so geil. Aber guck mal, Laura Blond, sie feuert einfach immer. Sie feuert in jeder Situation. Einfach, wenn du es auch gar nicht erwartest. Und ich finde, die Reaktion von Laura Braun, wie sie sie immer so einblätten. So, bitte? Was hat sie gesagt? Was hat das Mischstück gesagt? Okay. Ich weiß nicht, ob Nico so verballert einfach ist. Oder er einfach so tut. Aber es nervt. Doch, er ist so verballert. Nico ist wirklich so, der wird auch uralt, glaube ich. Weil der macht sich um nichts Sorgen. Der ist so richtig so, die müssen das alles so wumper. Der hat, glaube ich, ein richtig leichtes Leben. Also so, weil er ist einfach so da. Und er ist so einfach, irgendwie ist es auch bemerkenswert. Der hat halt keinen Belast im Kopf. Der ist halt so richtig so alles egal. Weißt du? Wie so ein Hund oder so. Die kommen auf die Welt, die haben kein Zeitgefühl. Die sind so, ja. Ich bin froh einfach, dass du auf meiner Seite bist. Du bist einfach was Besonderes. Du bist die Richtige. Ich finde, du bist auch sehr, sehr besonders. Er ist halt so ein lieber Mensch. Das mag ich extrem. Ich möchte dich noch weiter kennenlernen, weil ich sie einfach so gerne mag. Das mag ich dir. Ich mag dich auch. Okay. Die sind einfach so verliebt auf einem anderen Level, ne? Die sind schon richtig, richtig doll ineinander verliebt. Das ist so krass. Aber es ist auch voll schön mit anzusehen. Meine Güte. Weißt du? Ich bin nicht sauer auf die. Die ärgern mich auch nicht. Sollen die ruhig machen. Das ist auch egal. Wirklich. Also, desto mehr ich mir das angucke, desto weniger kann ich mich auch aufregen über den Nikola. Ja. Und hier die andere. Jenny soll mal ganz leise sein. Die hat einfach 20.000 aus dem Topf geklaut von den anderen. Die soll jetzt mal nicht so tun, als wenn sie die Gruppe interessieren würde. Die juckt dich gar nicht, Schatz. Du hast jedem Geld weggenommen. You know what I mean? Kann ich mal, das ist das Outfit, das ist echt eine Vollkatastrophe. Was hast du da bei dir gedacht? Das? Du hast so eine Frau an deiner Seite. Gib dir ein bisschen Mühe. Das ist so lustig. Also, Kahn ist denitiv ausbaufähig. Was hast du dir dabei gedacht? Sag mal. Du hast so eine hübsche Frau an deiner Seite. Wie siehst du denn du aus? Zum Scheiß, das ist so aus. Guck dich mal an. Ja. Was hast du denn dabei gedacht? Hast du überhaupt nachgedacht, du dummer Junge? Guck mich an. Ich bin bequem. Ja. Schon immer sehr, sehr stylisch unterwegs. Allerdings, ja, also, geht es nochmal umziehen. Ich bin wirklich ein full Package. Also von empathisch, liebevoll, aufmerksam, kann super kochen, bekoche super gerne, super einfühlsam. Ich feier gern, ich reise gern, ich unternehme gern Sachen miteinander, ich werde mir langweilig, ich verdiene selber gut. Wenn wir mal realistisch sind, bin schon ich der fucking Jackpot hier. Aber, gute Einstellung. Wirklich, also man muss sich selber wirklich feiern und sich als absoluten Hauptgewinn sehen. Ich muss sagen, mittlerweile sehe ich mich auch als Hauptgewinn, liebe Leute. Ich bin wirklich so ein krasser Hauptgewinn. Und klar, deswegen, ja, habe ich auch so oft aus so verstörten Männern angezogen, weil die sehen das natürlich. Die sehen, wie juicy mein Leben ist, also wie juicy ich bin. Wisst ihr, das ist ja das Problem von diesen Narzissen, dass sie das Leben in dir sehen und desto doller du lebst und streitst und so, desto eher wollen sie dich einfach aussaugen. Und ja, es ist einfach für jeden eine Schande, wenn er nicht mit mir ist. Aber, was kann ich machen? Nein, aber so ein bisschen wirklich. Also ich treibe das jetzt natürlich ein bisschen auf die Spitze. Aber mittlerweile sehe ich das echt so. Weil zum Beispiel gestern war es tatsächlich so, dass es dann irgendwie kurz darum ging, ob ein Mann mit mir mitkommt, ne? Der sich irgendwie noch nicht so ganz sicher ist, ob er schwul ist oder nicht. Keine Ahnung. Und ich habe, wie gesagt, die Annonce gemacht und habe gesagt, können wir machen. Möchtest du? Er hat gesagt, nee, sorry, nicht so ungut, aber heute nicht, vielleicht aber ein andermal. Und ich denke, ja, okay, ich glaube, alles gut. Ist für mich voll fein. Das ist so ein Angebot. Und ich glaube, das kriegst du so nicht nochmal. Weißt du, was ich meine? Ich bin immer auch gar nicht böse oder so. Aber früher wäre ich so gewesen, oh, warum sieht er denn nicht, was ich zu leisten, also zu bieten habe? Wenn du es nicht siehst, siehst du es nicht. Weißt du, was ich meine? Wie geht es euch damit? Könnt ihr das auch? Oder wie fühlt ihr euch so in solchen Situationen? Was mich interessieren würde, wie tickst du in einer Beziehung? Ich trage unfassbar viel Liebe in mir. Wo denn? Wo ist diese Liebe, wenn man sie braucht? Schatz, ich habe die gar nicht bei dir gesehen. Where is your love? Where the fuck is it? Du bist so böse. Also wirklich. Du bist in dieser Staffel die Böse. So eine richtig böse Hexe bist du hier. Wo ist diese Liebe? Ich sehe gar keine Liebe, Schatz. Ehrlich. Mir ist es voll wichtig, dass mein Mann mich unterstützt bei allem, was ich mache. Ich finde, in einer Beziehung sollte man hinter allem stehen, was der Partner macht. Toll. Naja, aber ich glaube, Lassi, Boy, lebt das nicht so. Naja, also ich erinnere mich noch an damals. Da war das so, dass Jill irgendwie laufen sollte, glaube ich, in Bikinis oder so. Und dann musste sie halt direkt wieder nach Hause. Und ich meine, ja, also ich glaube, sie lief für, wie hießen die nochmal? Vanessa Mariposa hatte Bikinis und dann sollte Jill dafür laufen. Und sie durfte aber keinen Moment länger bleiben. Das ist ja auch online gewesen. Jill hat das ja dann geteilt in der Öffentlichkeit. Wo ich mir so denke, ja, du behinderst sie aber schon in ihrem Weg, weil du bist eifersüchtig und möchtest nicht, dass sie auf einer Party alleine bleibt, was schon echt komisch ist. Und das ist nicht gegenseitig unterstützen. Weil man ist dann ja auch auf solchen Veranstaltungen, um zu netzwerken und so. Und da weiß ich halt nicht. Ich glaube, beim Lassi ist es halt eher so, dass er sehr eifersüchtig werden kann und dir dann eher so ein paar Steine in den Weg legt, weißt du? Also aus dem Beruf vielleicht, oder? Wenn nicht du mein perfekter Mensch bist, dann weiß ich nicht mehr. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ich wüsste dann auch gar nicht, wie ich weitermachen soll, weil Lars halt wirklich aktuell meine Nummer eins ist in der Villa. Ich wüsste dann auch gar nicht, wie ich weiterleben soll. Echt? Weil Lars ist alles zu mir. Also wirklich, ich liebe ihn. Überall. Und ich hätte gar keinen Lebensmut mehr, wenn er weg wäre. Ich finde es so der perfekte Moment, um sich nochmal näher zu kommen. Oh mein Gott, voll süß. Das ist echt ein süßer Moment. Das kann ich durch die Linse sehen. I can watchy watchy. I can see it. Oh mein Gott. Das habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Das war meine Weihnachtswunschliste. Ich habe es mir so gewünscht, dass es so passiert. Und jetzt ist es passiert. Und meine Güte sieht so gut aus. Hallo. Willst du mal reinkommen? Willst du mal reinkommen? Er ist wirklich ein starker, selbstbewusster Mann auch geworden, der trotzdem selbstbewusst genug ist, um Liebe zu schenken. Oh. Ey, wie ist das passiert? Guck mal. Könnt ihr mir mal bitte aufschreiben, was ihr meint? Wie es passiert ist, dass Mark Robin so einen Imagewechsel hat. Weil wir brauchen ja nicht darüber zu reden. Er hat ja definitiv einen Imagewechsel. Nicht wahr? So. Und wie hat er das geschafft? Wieso schafft er das zum Beispiel und schafft das ein, ähm, ein Nico Legert nicht oder ein, ähm, ich nenne ihn immer Slatko. Aber der Alex. Die schaffen das ja einfach nicht. Die kommen da niemals raus. Man mag sie einfach nie. Man mag sie einfach nicht. So, jetzt machen wir was im Moment. Aber ihn hier haben jetzt doch alle mittlerweile in unser Herz geschlossen. Ey, ich weiß wirklich noch, wie ich das Interview damals mit ihm geführt habe, ne? Und ich wurde so gehatet dafür. Also es war so, so hätte ich so, es gab wenige Menschen, die das verstanden haben. Es war richtig so, warum bietest du ihm eine Plattform? Und wisst ihr was? Ich bin richtig glücklich, dass ich es gemacht habe. Es scheint so, als hätte ich damals wieder ein Venus-Hügel-Gefühl gehabt. Ich hab mich mit ihm getroffen und jetzt liebt ihn jeder. Nicht, dass ich das bewirkt habe, aber er hat sich ja damals auch um Kopf und Kragen geredet und so. Ne, er war voll in der Abwehrhaltung. Aber irgendwie, ich mochte das mit ihm. Er war damals schon lustig und lebenswert. Es war wirklich toll auch mit ihm. Es war noch Essen. Er hat mir die Stadt gezeigt. Warum müssen wir reden? Warum? Ja, er hat das schon heute fest. Echt jetzt? Ja, in unserem Pussyfüttchen. Oh, das ist so scheiße von ihm. Warum macht er das denn? Nur um im Gespräch zu bleiben, ne? Er versucht, glaube ich, krampfhaft Sendezeit zu bekommen. Kann das sein? Weil so dumm kann er ja nicht sein, oder? Dass er so dieses bewusste Lügen immer anwendet. Ne, ich hatte keinen Ständer in der letzten Folge. Und dann so, ja, es war nur ein kurzer Bussi. Aber währenddessen meinte er so, hey, er hat ja nichts zu verheimlichen. Und er hat niemandem quasi was vorgemacht. Und deswegen darf er hier rumknutschen. Oder er hat wirklich irgendwie so einen psychischen Befund, den wir noch nicht kennen. Dass er so nicht weiß, was er wann anders gesagt hat. So, das ist natürlich dann die Frage. Dann hatten wir das Einzeldate halt. Ich quatsch es ja ganz normal. Dann haben wir gesagt, so zwei Minuten, dann haben wir uns halt geküsst. Aber halt ohne irgendwas so. Einfach Bussi. Das war doch kein Bussi, Alter. Ohne krass rumknutschen, wie wir das machen. Wie wir rumknutschen, ist es was ganz anderes. Ist ja nicht schlimm, oder? Du hast ja immer gesagt, küssen darf man. Okay. Es geht auch ums Game, ums Spiel, um die Show und was weiß ich alles. Ja, aber Lars, warte mal ganz kurz. Jetzt veränderst du ja komplett die Situation. Jetzt auf einmal gibst du ihr das Gefühl, dass sie eifersüchtig sein darf, wenn du mit jemand anderem rumknutschst. Das bedeutet, ihr seid jetzt zusammen, oder was? Also du musst deiner Linie dann schon treu bleiben. Und das ist das Problem an solchen verwirrten Menschen wie ihm, die irgendwie so eine krasse Verletzung erfahren haben. Die kannst du dann eigentlich nicht mehr loslassen auf andere Menschen, weil sie einfach wahllos die Menschen zerstören und verletzen. Also entweder du sagst zu Game, ich möchte mit dir bumsen einfach nur, dann bummst du dir einfach nur. Aber nein, du benimmst dich mit ihr wie mit jemandem in einer Partnerschaft. Dann sagst du aber immer wieder zwischendurch, ich will aber eigentlich gar keine Bindung. Du benimmst dich total ambivalent. Und statt dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich bin nicht exklusiv mit dir. Kommst du jetzt hier und beichtest ihr das quasi und lügst auch noch und sagst und rechtfertigst dich. Das gibt ihr doch total die Signale, dass ihr zwei jetzt exklusiv seid. Das ist so scheiße von dir. Ich hoffe, ich muss nicht gehen, aber ich glaube schon. Ja, aber neben wem soll ich denn dann heute Abend schlafen? Komm mal aus. Und sie war so, nee, nee, ich verlieb mich nicht. Ich verlieb mich gar nicht in Lars. Das ist nur oberflächlich. Ich schwöre. Und jetzt ist es so, und wer liebt euch an die Schlafligkeit? Ich liebe ihn. Ich will halt noch nicht gegen die Gruppe, aber ich will, dass du da bleibst. Ja. Aber jetzt heult er auch? Er hat sich das die ganze Zeit vorgemacht, ne? Der hat sich scheinbar auch in sie verliebt. Krass. Guten Abend zur wahrscheinlich kürzesten Matchbox-Entscheidung aller Zeiten, denn wir wissen ja schon, wer in den Darkroom geht. Nicola und Laura Brünett, ihr seid es jedenfalls nicht, denn Gabi hatte ja eure Matchbox vor ein paar Tagen aus egoistischen Motiven ein für alle Mal verkauft. Ja. Deswegen haltet euch bitte kurz. Wie war es auf dem Date? Bombe. Oh, geil. Gut, Lars, Laura, wie war es bei euch? Also ich sage, das war das perfekte Date. Glaubt ihr, dass ihr ein perfektes Match seid? Ich sage 99. Tja, würde ich sagen, wenn ich jetzt 45 Minuten durch den wildesten Verkehr geguckt bin. Hallo und tschüss. Ich bin Beck. Tschüss. Wir sehen uns bei der nächsten Magic Night. Ich kann die, da drin keine Frau mehr so als perfect match an meiner Seite sehen. Niemals kommt da jetzt perfect match. Digga, ich habe so Angst, dass die das alles hier kaputt hauen, Digga. Ja, schon schlimmes. Eigentlich wäre das so simpel, man. Mann. Drei Tage, sonst fick ich dieses Kissen, Alter. Das ist small dick energy. Das ist Kindergarten. So, fertig, liebe Leute. Was meinst ihr? Sind die ein perfect match oder nicht? Einige von euch wissen es ja auch. Ja, danke schön, dass ihr hier mit mir genächtigt habt. Das war eine lastive Folge aus meinem Schlafzimmer. Aber ich bin heute so verkatert. Und es macht so, so Sinn. Es hat sich auch ganz schall angefühlt, wirklich. Hier so, so kuschelig mit euch. Das einfach so zu gucken. Wirklich so, so wie mit Freunden einfach. Hallo. Wir sind hier so im Bett bei mir. Na, was findet ihr das? Lustig, das? Ich bin jetzt fertig. Ich sage Tschüss. Ich habe noch eine Rechenaufgabe für euch. Und zwar, falls ihr das Video bis zum Ende geguckt habt, was ich nicht glaube, dann sagt mir bitte das Ergebnis von 4 minus 4 plus 2. Okay? Bye.